So, herzlich willkommen zurück zur Vorlesung Schuldrecht 1, Vertragsschuldverhältnisse. Wir sind heute am Dienstag, den 96.04. Wir behandeln heute zunächst weiter das Thema unbestimmte Leistungsgegenstände. Wir haben gestern gesprochen über Leistungsbestimmungsrechte und Gattungsschuld. Damit bleibt heute noch Wahlschuld und Ersetzungsbefugnis. Das wird uns aber gar nicht so lange beschäftigen, denn so spannend ist das Thema nicht. Und deshalb werden wir direkt danach weitermachen mit besonderen Regeln zum Inhalt von Leistungspflichten. Und welche das sind, können Sie hier auf der Gliederung sehen, nämlich ganz, ganz viele. Heute, wir gucken uns an die Geldschuld, den Schadensersatz, Aufwendungsersatz, Wegnahmerechte, Auskunftsrechte und Vertragsstrafe. Denken Sie sich, meine Güte, ist das alles viel. Sie werden aber sehen, das ist eigentlich ganz einfach. Bevor wir aber dazu kommen, wollen wir noch ganz kurz gucken, wie viel von gestern hängen geblieben ist. Und dazu habe ich für Sie wieder zwei kurze Folien mit Kontrollfragen vorbereitet. Schauen Sie sich das mal an. Die erste Folie bezieht sich auf die Leistungsbestimmungsrechte. Die zweite Folie bezieht sich auf die Leistungsbestimmungsrechte. Ja, schauen wir mal, was richtig ist. Man kann vereinbaren, dass eine Partei eines Vertrages einseitig die Leistung frei bestimmt. Jetzt denken Sie sich, stimmt doch, haben wir gestern gelernt. Was stimmt an dieser Aussage nicht? Ja? Dass die Partei das frei bestimmen kann. So ist es, dass die Partei das frei bestimmen kann. Denn was haben wir gelernt? Welche Vorgabe muss ich treffen, damit eine Partei die Leistung bestimmen kann? Welche Einschränkung gilt da? Man muss entweder einen Rahmen vereinbaren oder die Partei muss nach billigem Ermessen erstellen. So ist es. Entweder man bestimmt einen Rahmen und sagt von bis, oder man sagt, die Partei muss es nach billigem Ermessen. Was ist denn der Unterschied zwischen billigem Ermessen und frei? Ist das nicht das Gleiche? Gibt es da einen Unterschied? Billiges Ermessen und frei klingt doch irgendwie gleich. Was ist der Unterschied? Ja? Bei billigem Ermessen gibt es eine Grenze. Das heißt, man darf nur Sachen machen, die auch wirklich verhältnismäßig sind. Man guckt also, ob das aus Sicht eines vernünftigen Menschen noch im Rahmen bleibt. Und wenn der vernünftige Mensch sagt, das ist auch völlig verrückt, dann ist das nicht mehr. Billig und damit ist die Entscheidung dann auch nicht wirksam. 315 Absatz 3. Zweite Aussage. Weigert sich ein vertraglich zur Leistungsbestimmung nach freiem Belieben bestellter Dritter dies zu tun, ist der gesamte Vertrag nichtig. Woraus ergibt sich das? Das muss man ja nicht auswendig wissen. Das steht ja alles im Gesetz. Ja? Ja, Paragraf 319 Absatz 2. Der gesamte Vertrag ist nichtig. Nicht nur die Bestimmung, die vom Gericht nachgeholt werden kann, sondern der gesamte Vertrag ist dann unwirksam. Nächste Aussage. Irrt sich ein zur Leistungsbestimmung bestellter Dritter, kann er seine Erklärung nach 142.1.119.1 BGB anfechten. Jetzt sagen Sie, Sie haben doch letztes Semester gelernt, wenn man sich irrt, kann man nach 119.1.1.142 anfechten. Warum stimmt das denn hier nicht? Ja? So ist es. Der Dritte selber mag sich geirrt haben, aber er darf nicht anfechten. Und das ergibt sich aus welchen Paragrafen, dass nur die Vertragsparteien anfechten dürfen. Also Paragraf 318 Absatz 2 Satz 1? Der Dritte kann nicht anfechten, es dürfen nur die Vertragsparteien anfechten, obwohl die gar keine Willenserklärung abgegeben haben und sich geirrt haben. Das ist also eine Abweichung vom BGB-AT. Und schließlich, jedenfalls wenn die Leistungsbestimmung offenbar unbillig ist und der Vertrag billiges Ermessen voraussetzt, kann das Gericht die Leistung bestimmen. Ja, woraus ergibt sich das? Ja? Ja? 319. In der Tat, Absatz 1, am Ende, die Bestimmung erfolgt in diesem Fall durch Urteil. Ist das die einzige Norm, die wir brauchen? 315 Absatz 3. Wo ist der Unterschied? Warum gibt es das zweimal im Gesetz? Warum steht das einmal in 319 und einmal in 315 Absatz 3? Ist das einfach Schlamperei? 315 betrifft den Fall, dass eine Partei entscheiden darf und da gilt ein strenger Maßstab, während bei 319 ein Dritter bestimmt und da ist nur die offenbare Unsicherheit ein Grund für die Bestimmung durch das Gericht. Gut, genug von diesen Leistungsbestimmungsrechten, kommen wir zur Gattungsschuld und die müssen Sie wirklich perfekt beherrschen, weil die kommt immer und immer und immer wieder in Klausuren. Also, bis zu Ihrem Staatsexamen werden Sie mit Sicherheit der Gattungsschuld 30 Mal begegnen. Mindestens, vielleicht auch 80 Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was bedeutet Beschaffungspflicht? Weiß das jemand? Ich darf das fast alle angekreuzt haben. So ist es. Eine Beschaffungspflicht heißt, er muss sich selber in die Lage versetzen, dass er seine Pflicht erfüllen kann. Er hat also die Pflicht, bevor er überhaupt die Sache übergeben kann, sich erstmal selber die Sache zu beschaffen. Ob er die selber herstellt, ob er die kauft, ist erstmal egal. Er hat die Pflicht, das zu tun. Das ist seine Pflicht. Und wenn er die erfüllt hat, kann er selber erfüllen. Und das ist grundsätzlich umfassend. Wir haben aber auch eine Ausnahme kennengelernt. Nämlich, wann ist die Beschaffungspflicht nur beschränkt? Wenn der Schuldner nur aus seinem Vorrat leistet. Genau. Wenn der Schuldner sagt, ich leiste nur aus meinem Vorrat oder aus meiner Produktion oder ich beschaffe ausschließlich von meinem Händler A. Man kann also im Vertrag sagen, ich beschränke mich auf folgende Beschaffungsmodalitäten. Wenn ich nichts gesagt habe, muss ich alle Möglichkeiten ergreifen, die man sich vorstellen kann. Außer, ich habe es konkludent sozusagen vereinbart. Wir sagen, jemand, der selber herstellt, will im Zweifel nicht seine eigenen Sachen zurückkaufen. Das können wir konkludent in die Willenserklärung reinlesen. Zweite Aussage. Die Konkretisierung soll vor allem den Schuldner schützen. Erste Frage, was heißt denn hier die Konkretisierung? Worauf bezieht sich das? Was heißt die Konkretisierung? Ja? Ja, das bedeutet genau das. Aus der gesamten Gattung, die aus vielen Millionen Gegenständen bestehen, dann wird einer herausgegriffen und danach wird nur noch dieser eine geschuldet. Wo ist das denn geregelt? Ja? Genau. 243 Absatz 2. Und wir haben gestern gesehen, dadurch, dass nur noch diese eine Sache geschuldet wird, kann es passieren, dass genau die eine ausgesuchte Sache kaputt geht und dann muss der Schuldner gar nicht mehr leisten. Der muss ja nicht nur eine andere suchen und die beschaffen, sondern er hat seine Pflicht dadurch erfüllt, dass er eine Sache rausgesucht hat. Was danach passiert ist, ist egal. Dadurch wird er geschützt. Er muss nicht nochmal beschaffen. Jetzt wird es schwieriger. Die Pflicht des Schuldners kann sich nicht auf eine Sache, die höherer Art und Güte ist, als der Durchschnitt konkretisieren. Ja? Ja, Sie kann sich natürlich darauf konkurrenzieren, dass es vorgegeben, dass es eine Gattung sei mit mittlerer Art und Güte mindestens sein muss. Also es kann auch so sagen, wie es sein muss. So ist es. Nach 243 Absatz 1 muss eine Sache mittlerer Art und Güte ausgesucht werden. Das ist aber eine Mindestvoraussetzung. Sie können selbstverständlich eine bessere nehmen. Das heißt, es müsste eigentlich stehen, mindestens mittlere Art und Güte. Besser geht immer. Also, Sie können immer den Luxusapfel kriegen, wenn Sie einen Apfel kaufen. Sie können aber auch einen normalen mit einem Wurmloch kriegen. Wenn Sie aber einen kriegen mit 20 Wurmlöchern, ist der nicht mehr mittlere Art und Güte. Und dann müssen Sie ihn auch nicht annehmen. Jetzt kommt die letzte Aussage. Bei der Hohlschuld genügt für die Konkretisierung, dass die ausgewählte Sache abgesondert und zur Abholung bereitgestellt wird. Warum stimmt das nicht? Ja? So ist es. Weil der Gläubiger informiert werden muss, dass seine Sache jetzt separat bereitsteht. Wenn man ihn nicht informiert, kann man die Gefahr nicht auf ihn übergehen lassen. Weil er davon ausgehen kann, dass noch keine Trennung erfolgt ist. Er kann also davon ausgehen, dass noch eine beliebige Sache aus allen möglichen geschuldet wird. Ohne Information, auch bei der Hohlschuld, keine Konkretisierung. Information ganz entscheidend. So. Damit Sie sehen, wo wir stehen. Wir sind immer noch im ersten Teil Entsteherung und Inhalt von Schuldverhältnissen. Wir haben gestern besprochen, die unbestimmten Leistungspflichten, die wir heute weitermachen. Und wir kommen heute zu allgemeinen Regelungen, zu einzelnen Pflichten. Und das machen wir Donnerstag weiter. Und wenn wir Donnerstag gut vorankommen, kommen wir auch noch zu Ihrem Lieblingsthema. Nämlich zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie immer wieder gerne machen. Damit Sie auch ein wenig sehen, wie weit wir schon im Gesetz sind. Wir haben ganz kurz besprochen über 336 bis 345, die Draufgabe. Da habe ich Ihnen gesagt, das können Sie vergessen. Draufgabe spielt in Klausuren keine Rolle. Das waren unsere Fälle, wo jemand eine Anzahlung leistet, um hinterher beweisen zu können, wir haben uns schon geeinigt. Der Vertrag soll in Zukunft wirksam werden. 315 bis 319 haben wir gestern gemacht. Sie erinnern sich vielleicht, das ist nicht so lange her. Und 311 bis 311c haben wir in der ersten Woche schon gemacht. Das haben wir also alles schon erledigt. Schön. Und da oben sind wir jetzt dabei, 241 bis 272 abzuschließen. Und dann als nächstes Thema kommen 305 bis 310 AGB. Und dann haben wir schon ganz viele Paragraphen geschafft, von den 500, die wir machen müssen. So. Jetzt beschäftigen wir uns mit einem Paragraphen, nämlich mit 262. Und da müssen Sie sich das so vorstellen, es gibt wieder einen Gläubiger und es gibt einen Schuldner. Und es gibt drei denkbare geschuldete Leistungen. Hier Dreieck, Kreis oder Mond. Dreieck, Kreis oder Mond. Und bei einer Wahlschuld hat entweder der Gläubiger das Recht, sich für Dreieck, Kreis oder Mond zu entscheiden, oder der Schuldner hat das Recht, zu sagen, ich will ein Dreieck geben und darf ein Dreieck geben. Wichtig ist, dass man eine Liste der Gegenstände aufstellen kann, die geschuldet sind. Das hat eine abschließende Aufzählung. A, B oder C. Das kann auch A bis Z sein. Und das kennen Sie vielleicht bei bestimmten Restaurants, wo es nur drei Menüs gibt. Dann sagen Sie, Sie zahlen neun Euro und haben dann die Wahl, Menü 1, Menü 2 oder Menü 3, für die neun Euro, die Sie bezahlt haben. Also nicht so Buffet mit All you can eat, sondern hier wirklich ein Menü zum Preis. Oder noch anschaulicher, Sie gehen auf die Kirmes, gehen zur Losbude und ziehen das große Los, wo drauf steht, freie Auswahl. Freie Auswahl heißt aber nicht, Sie können sagen, ich hätte jetzt gerne ein Auto oder ein Haus, sondern freie Auswahl heißt, Sie haben eine Auswahl unter allen Gegenständen, die in dieser Losbude da so rumstehen. Das heißt, den großen Bären oder den großen Schlumpf oder was auch immer Sie haben wollen. Sie haben also eine Wahl unter einer begrenzten Zahl von Gegenständen und dürfen selber auswählen, welchen Sie kriegen wollen. Das BGB sagt dazu einfach, werden mehrere Leistungen in der Weise geschuldet, dass nur die eine oder die andere zu bewirken ist, so steht das Wahlrecht im Zweifel dem Schuldner zu. Das ist deshalb bemerkenswert, weil das das genaue Gegenteil ist, von dem ich Ihnen in den Beispielen erklärt habe. In beiden Beispielen hat nicht der Schuldner die Wahl gehabt, sondern Sie als Gläubiger. Sie haben das losgezogen, damit haben Sie als Gläubiger die Wahl gehabt. Sie als Kunde haben das Menü gekauft und haben damit die Wahl, ob Sie als Vorspeis eine Frühlingsrolle oder eine Peking-Suppe haben wollen. Nicht das Restaurant, was sagt, für den gibt es Hundefutter. Das ist nicht die Regel. Das BGB sagt nochmal, wenn nicht vereinbart ist, wer die Wahl hat, hat die Wahl im Zweifel derjenige, der leisten muss. In der Praxis ist es genau umgekehrt. § 263 ist dann sehr unspektakulär. Der sagt nämlich, die Wahl erfolgt durch eine Willenserklärung, und zwar eine Empfangsbedürftige. Die sagen, ich will das und kriegen das dann. Und jetzt, der Absatz 2 ist ganz wichtig, der sagt nämlich, die gewählte Leistung gilt als von Anfang an allein geschuldet. Das heißt, es wird so getan, als hätten Sie von vornherein nur vereinbart, dass das, was hintergewählt worden ist, geschuldet ist. Das heißt, diese Entscheidung wird rückwirkend wieder aufgehoben. Ähnlich wie bei der Anfechtung. Auch das ist noch nicht so spektakulär. Jetzt kommt eine schwierigere Regelung. § 264. Auch ein Paragraph weiter wieder. § 264 bezieht sich auf den Fall, was macht man, wenn man einfach keine Entscheidung kriegt. Stellen Sie sich vor, in unserem Fall mit dem Menü, Sie sitzen im Restaurant, haben das Tagesmenü für 9 Euro gekriegt, und der Kellner sagt, Frühlingsrolle oder Peking-Suppe, und Sie sagen, sag nichts, mal gucken, was passiert. Dann sagt unser BGB, ist der wahlberechtigte Gläubiger in Verzug, das heißt, Sie entscheiden sich nicht, so kann der Schuldner, das heißt, das Restaurant, ihn unter Bestimmung einer angemessenen Frist zur Vorname der Wahl auffordern. So, du hast jetzt noch 2 Minuten Zeit, und dann, mit dem Ablauf der Frist, geht das Wahlrecht auf den Schuldner über, wenn nicht der Gläubiger rechtzeitig die Wahl vornimmt. Das heißt, nach den 2 Minuten entscheidet der Kellner für Sie. Also, der sagt Ihnen so, jetzt entscheiden, und sonst sind Sie dran. Einfach die Regelung, hätte man sich auch so denken können, dass es abläuft. Ganz schwierig, und für Sie nicht so interessant ist Absatz 1, wenn der Schuldner das Wahlrecht hat, das heißt, wenn der Kellner entscheiden dürfte, dann können Sie ihm keine Frist setzen, das entscheide ich mal. Stattdessen müssen Sie ihn verklagen, und dann schicken Sie den Gerichtsvollzieher los, und sagen, lieber Gerichtsvollzieher, wenn der sich nicht entscheiden will, dann darfst du das nehmen. Und dann hat er bis zu der Sekunde, wo der Gerichtsvollzieher die Sache bei Ihnen abliefert, immer noch die Möglichkeit zu sagen, ach, ich will doch was anderes. Das heißt, er hat wirklich bis zum allerletzten denkbaren Moment die Chance, sich doch noch umzuentscheiden. So brutal geht das. Das ist für Sie deshalb uninteressant, weil Sie sich mit Zwangsvollstreckung noch gar nicht auseinandersetzen müssen. Das heißt, für Sie interessant ist nur dieser Absatz 2, und der ist relativ klar. Du hast 5 Minuten Zeit, dich zu entscheiden, und wenn du dich nicht entschieden hast, dann entscheide ich für dich. Stellen Sie sich vor, Sie haben sich ein Auto kaufen wollen, und haben gesagt, ich weiß aber noch nicht, ob ich das Cabrio-Modell will, oder das Kombi-Modell. Lassen Sie sich beide aber schon mal reservieren, und dann sagt Ihnen der Verkäufer, so, ich muss sagen, du mal bestellen, sag, welches du haben willst, und Sie tun nichts, dann darfst du ihm sagen, du hast jetzt noch eine Woche Zeit, sonst entscheide ich für dich, und dann kriegen Sie den Kombi, auch wenn Sie eigentlich das Cabrio wollten. Das sagt Ihnen 264 Absatz 2. Und jetzt wird es ganz schwierig. 265. 265 sagt, ist eine der geschuldeten Leistungen von Anfang an unmöglich, oder wird sie unmöglich, so beschränkt sich der Schuldfeld auf die übrigen Leistungen. Das ist ziemlich offensichtlich. Wenn es so ist, dass es keine Peking-Suppe mehr gibt, dann haben Sie keine wahlmöglichen Peking-Suppe und Frühlingsrolle, sondern Sie können nur die Frühlingsrolle wählen, das, was übrig ist. Warum? Wenn Sie sich für Peking-Suppe entscheiden, dann kriegen Sie halt nichts, weil nichts mehr da ist. Der kann ja keine Peking-Suppe herbeizaubern. Die kriegen das, was übrig bleibt. Satz 2 ist aber kompliziert. Satz 2 sagt, die Beschränkung tritt nicht ein, wenn die Leistung infolge eines Umstandes unmöglich wird, den der nicht wahlberechtigt Teil zu vertreten hat. Was meint das jetzt wieder? Stellen Sie sich vor, der hatte noch 5 Liter Peking-Suppe. Und da hat er reingespuckt. Und deshalb kann er die jetzt nicht mehr verkaufen. Und dann sagt man, das hat er vorsätzlich gemacht, oder zumindest fahrlässig, und damit ist er schuld. Und dann sagt uns, der 265 Satz 2 können Sie sich immer noch für Peking-Suppe entscheiden. Jetzt denken Sie sich, das ist aber eklig, warum soll ich die denn nehmen, wo der reingespuckt hat, das wäre nicht blöd. Warum sollten Sie sich für eine Leistung entscheiden, die unmöglich ist? Kann man das als Schadensersatz verlangen? Ja. Sie können dann statt der Leistung Schadensersatz verlangen. Und der Schadensersatz wird sich hier darin äußern, dass Sie die Suppe nicht bezahlen müssen. Das heißt, Sie kriegen dann das Essen abzüglich der Suppe. Das heißt, hier haben Sie die Wahl, entweder Sie nehmen Frühlingsrolle, zahlen das komplette Menü, oder Sie nehmen das Menü ohne Vorspeise, in Anführungszeichen, und zahlen halt einen niedrigeren Preis, nämlich abzüglich dessen, was die Suppe wert gewesen wäre. Der Sinn der Regelung ist, man will den bestrafen, der sich selber handlungsunfähig macht. Wer selber verhindert, dass er seine Pflichten erfüllen kann, soll dafür nicht belohnt werden und muss deshalb Schadensersatz zahlen. Sie haben also die Wahl, ob Sie die zweite Leistung wollen, oder ob Sie stattdessen Geld wollen. Ihre Entscheidung. Da steht hier nochmal, da steht hier auch nochmal, toll, gut, dass Sie das so gelesen haben. Und wie gesagt, Sie entscheiden sich für die Sache, die für Sie besser ist, entweder die zweite Leistung, wenn Sie sagen, es ist mir egal, ob Frühlingsrolle oder Peking-Suppe, dann nehmen Sie halt die Frühlingsrolle. Dann sagen Sie, wenn es keine Peking-Suppe mehr gibt, nehme ich, dass das übrig bleibt. Wenn Sie dagegen sagen, ich mag auf keinen Fall Frühlingsrollen, weil die sind mir zu fettig, dann können Sie hier sagen, ich will stattdessen Schadensersatz, weil du bist schuld, dass keine Peking-Suppe mehr da ist. Problem gelöst. So nett ist das BGB zu Ihnen. Jetzt kommt eine Sache, die müssen Sie nicht verstehen, deshalb steht da gleich wieder Klausur Minus, aber das werden Sie in vielen Büchern lesen und sonst sind Sie verwirrt. Es gibt im BGB auch etwas, das nennt sich elektive Konkurrenz. Das können Sie direkt wieder vergessen, wenn Sie es gehört haben, aber wenn Sie mal ein Buch lesen, haben Sie schon mal davon ein Gerücht gehört. Elektive Konkurrenz meint, es geht nicht um zwei verschiedene Leistungen, die geschuldet sind, sondern um zwei verschiedene Ansprüche. Das wichtigste Beispiel dafür ist 179 BGB. Da steht drin, der Geschäftspartner kann nach seiner Wahl Erfüllung oder Schadensersatz verlangen. Da hat er zwei alternative Ansprüche. Er muss sich entscheiden, ob er den linken Weg geht oder ob er den rechten Weg geht. Das ist keine Wahlschuld, sondern es ist einfach zwei verschiedene Ansprüche. Er muss entweder A oder B machen und A schließt B aus. Das kennen Sie vielleicht auch aus dem Strafrecht. Es gibt bestimmte Sachen, die sich logisch ausschließen. Im Strafrecht Konsumtion, das kennen Sie vielleicht. Man sagt, wenn ich jemanden erschieße, ist das keine Körperverletzung mehr, weil der ist halt tot. Totschlag verdrängt Körperverletzung. Tod ist tot. So. Genauso ist das hier. Wir sagen, das sind zwei Ansprüche, die entschlichen nebeneinander. Der eine verdrängt der andere. Wenn Sie für den einen entschieden haben, gibt es den anderen nicht mehr. Dasselbe haben wir, wie wir noch sehen werden dieses Semester, im Kaufrecht. Da haben Sie die Wahl zwischen Rücktritt. Rücktritt bedeutet, Sie kriegen Ihren kompletten Kaufpreis zurück und müssen aber auch die Sache zurückgeben. Oder Minderung. Minderung heißt, Sie behalten die Sache und kriegen einen Teil des Kaufpreises zurück. Da hat das nicht parallel gekriegt, liegt auf der Hand. Sie können nicht sagen, ich nehme die kompletten Kaufpreis zurück und gebe die Sache zurück und gleichzeitig möchte ich einen Teil zurück in die Sache behalten. Das schließt sich logisch aus. Sie können dich gleichzeitig behalten und zurückgeben. Einverstanden? Und Sie können dich gleichzeitig einen Teil zurückverlangen und alles zurückverlangen. Denn wenn Sie alles zurückverlangen, ist auch jeder Teil zurück. Also schließt sich das aus. Auch das ist keine Wahlschuld, sondern es ist eine Entscheidung, welchen von mehreren Ansprüchen oder hier, welches von mehreren Gestaltungsrechten Sie geltend machen. Wahlschuld heißt, Sie haben ein Schuldverhältnis und von vornherein bestehen zwei Pflichten und irgendwann wird dann gesagt, Sie gehen nach links und dann fällt der andere Baum komplett weg. Hier haben Sie von Anfang an keine Parallelstraße, es gibt noch nicht mal diese Parallelstraße, es gibt direkt von vornherein eine Spaltung, entweder nach links oder nach rechts und Sie entscheiden sich für eins von beiden. Da das kein Mensch verstehen muss, kann ich Ihnen sagen, der Unterschied liegt schlicht daran, dass das, was wir eben gesehen haben, mit dem 264, mit dieser Fristsetzung zur Vornahme oder dem 265 bei Unmöglichkeit hier keine Anwendung findet. Deshalb haben wir dafür einen eigenen Begriff gemacht. Sie werden aber immer erkennen, dass es keinen Sinn macht. Zum Beispiel, warum sollte der Verkäufer sagen, jetzt entscheide ich mal, will ich das ganze Geld zurück oder ein Teilgeld zurück? Der freut sich auf, wenn er gar nicht zurückzahlen muss, der wartet einfach ab. Deshalb macht hier eine Fristsetzung überhaupt keinen Sinn. Einverstanden? Genauso hier der Vertreter oder der Vertretungsmacht würde nicht sagen, so, will es jetzt Erfüllung oder Schaden sein? Jetzt entscheide ich mal, mach mal. Warum wir das nicht sagen? Wenn er lang genug abwartet, muss er gar nichts zahlen. Also er wäre ja blöde, wenn er den auffordert, sich zu entscheiden. Ebenso bei Unmöglichkeit, das kann hier gar nicht unmöglich werden. Es sind immer beide möglich. Das heißt, es macht keinen Unterschied, wofür er sich entscheidet. Das heißt, vor 265 kam keine Anwendung und deshalb will man diese Regeln noch hier nicht anwenden und hat ein tolles, neues Wort dafür geschaffen. Dass die Gesetzgeber das BGB das nicht kann, sehnsüchtig daran, dass es dazu keine Regelung gibt und deshalb können Sie es auch direkt wieder vergessen, außer wenn Sie mal ein tolles Buch lesen wollen. Bei Lohschelder steht ja, glaube ich, zwei Randnummern zu und dann können Sie das lesen und sagen, verstehe ich nicht. So, was Sie verstehen müssen leider, ist die Ersetzungsbefugnis. Ich versuche Ihnen das ganz einfach zu erklären. Und zwar ein einfaches Beispiel, was hoffentlich jeder psychologisch nachvollziehen kann. Wir haben einen Käufer K und einen Verkäufer V und der Verkäufer V schuldet bekanntlich Übergabe und Übereignung einer Sache nach 433 Absatz 1 Satz 1. Und hier im konkreten Fall schuldet er Übergabe und Übereignung eines PKV. Der Käufer schuldet im Gegenzug, das ist auch nicht so schwierig, Zahlung des Kaufpreises hier 10.000 Euro aus 433 2. Nun ist es aber so, es gibt viele Menschen, die noch ein altes Auto haben und hinterher nicht zwei Autos haben wollen. Und was tut man dann, wenn man ein altes Auto hat und ein neues kauft mit dem alten? Man gibt es in Zahlung. Ja? Und das ist schwierig. Dazu sagen Sie, von diesen 10.000 Euro soll der Restwert meines Autos abgezogen werden, was ich dir dann übergebe und übereigne. Und jetzt könnte man das ganz kompliziert konstruieren, wie es manche Professoren tun. Manche Professoren sagen nämlich, oh, das ist jetzt schwierig, dann haben wir nämlich einen Mich-Vertrag mit ein bisschen Kauf und ein bisschen Tausch. Warum? Die sagen, dann ist die Gegenleistung hier, was weiß ich, 7.500 plus Übergabe und Übereignung des PKW. Das bedeutet, wir müssten hier anwenden 480 BGB und 433 BGB. So macht es der BGH nicht, sondern man macht es mit einem sogenannten Ersetzungsbefugnis. Wie funktioniert das? die sagen, der Vertrag heißt von vornherein geschuldet ist PKW Zug um Zug gegen Zahlung von 10.000 Euro. Nichts anderes. Es gibt kein Wahlrecht, es gibt gar nichts. Allerdings sagt der Verkäufer, ich bin bereit, von dir den PKW anzunehmen anstelle der Zahlung von 2.500 Euro. Du hast die Entscheidung, du kannst mir den PKW geben, du musst ihn mir aber nicht geben. Der Unterschied ist, dass hier keine Wahlschuld vorliegt, sondern eindeutig und unschreitig nur 10.000 Euro ihm Geld geschuldet sind. Der Käufer schuldet 10.000 Euro, er hat aber das Recht, statt des Geldes etwas anderes zu geben. Und das finden Sie im BGB sogar geregelt in 364 Absatz 1. Und der sagt, das Schuldverhältnis erlicht, wenn der Gläubige eine andere als die geschuldete Leistung an Erfüllung statt annimmt. Was soll das bedeuten? Nicht das Schuldverhältnis insgesamt, sondern hier auch wieder nur die Pflicht zur Leistung. Sie erinnern sich, ich habe darüber gesprochen, das BGB verwendet den Ausdruck Schuldverhältnis manchmal ungenau und meint damit nur die Leistungspflicht. Das heißt, die Pflicht des Käufers zur Zahlung des Kaufpreises erlicht, wenn der Verkäufer eine andere als die geschuldete Leistung annimmt. Wenn der also sagt, wir kaufen Teppich statt Auto, kann er sagen, hier, mein alter Teppich gebe ich dir statt Auto. Und wenn der andere sagt, ja, dann hat er damit den Kaufvertrag erfüllt. Man kann bei jedem Vertrag sagen, ich habe mir noch anders überlegt, wie wäre es denn damit? Und wenn er sagt, ja, haben sie den Vertrag erfüllt. Das sagt 364 Absatz 1. Und jetzt bei unserer Ersetzungsbefugnis sagt man, der hat schon von vornherein gesagt, wenn du jemals mit deinem alten Auto kommst, erkläre ich mich jetzt schon einverstanden, das anzunehmen. Er hat also vorweggenommen schon gesagt, ich erlaube dir, statt Geld den alten Wagen zu leisten. Damit sparen wir uns diese komplizierte Anwendung von Tauschrecht und sagen, Glück gehabt, hast er halt ein Auto gekriegt. Das müssen Sie wissen. Das ist keine Wahlschuld, weil es gibt kein Wahlrecht des Schuldners, sondern es ist einfach nur so, er hat sich einverstanden erklärt, in eine andere Leistung zu bringen. Warum das eine Rolle spielt, sehen wir gleich in zwei Folien. Vorher will ich Ihnen noch was komplizierteres erklären. Es ist theoretisch denkbar, dass auch der Gläubiger ein Ersetzungsbefugnis hat. Und das haben wir im Gesetz geregelt in 249 Absatz 1 und Absatz 2 BGB. Stellen Sie sich vor, Sie gehen hier in Bonn über die Straße und auf einmal kommt jemand und schlägt sie zusammen. Sie wissen nicht, warum das so ist, aber auf einmal sind Sie schwer verletzt und fühlen sich übel behandelt. Dann sagt Ihnen 249 Absatz 1 muss derjenige, der Sie verprügelt hat, Sie wieder so herrichten, wie Sie vorher waren. Der muss also, wenn irgendwelche tiefen Narben entstanden sind, ihn nähen, der muss ihr blaues Auge kühlen, der muss möglicherweise sie aufschneiden und dann die beschädigten Organe wieder zusammenflicken. Das muss der machen nach 249 Absatz 1. Er muss den Zustand herstellen, der ohne die Prügel bestanden hätte. Das muss er nicht persönlich tun, er kann auch Erfüllungsgehilfen einsetzen, so Dr. Frankenstein oder sowas, kann er rufen und die machen das dann für ihn. 249 Absatz 2 Satz 1 sagt, Sie müssen sich auf dieses Spiel aber nicht einlassen. Sie haben das Wahlrecht und können sagen, ich möchte nicht, dass du mich hier behandelst und meinen Körper berührst, sondern ich möchte, dass jemand macht, der Ahnung davon hat, bitte gib mir das Geld, dass ich hier irgendwie einen Fachmann beauftrage, das Krankenhaus. Ich möchte das entscheiden. Auch das ist wieder keine Wahlschuld, sondern eine Ersetzungsbefugnis. Sie haben grundsätzlich einen Anspruch auf Reparatur, auf Heilbehandlung durch den Schädiger, haben aber das Recht zu sagen, stattdessen möchte was anderes. Wenn Sie nicht sagen, ist der, derjenige, der Sie behandeln muss. Wer schweigt, ist auf Route 1, Sie haben aber eine Abbiegemöglichkeit. Bei der Wahlschuld müssen Sie sich entscheiden, hier haben Sie eine Route vorgegeben und nur wenn Sie abweichen, sind Sie auf der Nebenstrecke. Autobahnabfahrt 3. Das heißt, wenn Sie sagen, Geld hat Reparatur, gibt es Geld, wenn Sie nicht sagen, gibt es halt Reparatur. Das sehen Sie auch hier. So kann der Gläubiger verlangen, wenn er es nicht tut, bleiben wir wieder bei Absatz 1. Wer zum Schadensatz verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen. Herstellung Grundsatz, Recht Ausbeweichen auf Geld. Ihre Entscheidung, Sie können sich also für A oder B entscheiden. So, jetzt zum Unterschied zur Wahlschuld. Bei der Wahlschuld war es so, wenn die eine der beiden Möglichkeiten unmöglich wird, können Sie noch die andere wählen. Bei der Ersetzungsbefugnis ist nur eine geschuldet. Das heißt, wenn die geschuldete Leistung unmöglich wird, dürfen Sie nicht mehr ausweichen. Dann ist alles weg. Wenn Sie nicht mehr behandelbar sind, kriegen Sie auch kein Geld für Behandlung. Um es ganz einfach zu sagen. Das heißt, anders als bei der Wahlschuld gibt es nicht zwei alternative Leistungen, sondern nur eine geschuldet und wenn die unmöglich wird, bleibt die andere bestehen. Zum Beispiel in unserem Fall, wenn Ihr Gebrauchtwagen, den Sie in Zahlung kriegen wollen, explodiert, spielt das überhaupt keine Rolle, denn Sie schulden ja eh nur 10.000 Euro. Bei dem Fall mit dem Tausch, hätten wir ein anderes Problem, dann können Sie den Vertrag nicht erfüllen und wären irgendwo im Schadensersatz recht. Das haben wir hier nicht. Es gibt keinen Schadensersatz, weil Sie hätten ohnehin nur 10.000 Euro zahlen müssen. Die zweite Streitfrage ist, was gilt, wenn Sie sich entschieden haben für den Ersatz und dann aber feststellen, der Gebrauchtwagen war viel mehr wert als die 2.500. Können Sie ja nochmal umentscheiden und sagen, ich zahle doch lieber 10.000 und dann sagt die eine Meinung, warum nicht, das ist ja Ihre Entscheidung, Ersetzungsbefugnis dient nur Ihnen als Schuldner und die andere Ansicht sagt konsequenter Weise, wer einmal sich entschieden hat, muss aus Raden gebunden sein, das ist ein allgemeiner Grundsatz im Zivilrecht, Sie kennen das aus 145 BGB, wer sich einmal entschieden hat, muss sich an das halten lassen, was er gesagt hat. Sie können sich für beide Ansichten entscheiden, das ist völlig egal, Sie müssen nur sehen, es gibt keine Regelungen dazu. Also ob Sie gebunden sind oder nicht, entscheiden Sie, wie Sie wollen. Kommen wir zum Thema Geld. Sie sehen, die Geldscheine liegen hier für Sie bereit und Sie müssen nur zugreifen. Wir haben gesprochen schon über Geldschuld in verschiedenem Zusammenhang. Wir haben darüber gesprochen, dass es Besonderheiten gibt für den Gefahrübergang. Wir haben gesehen, grundsätzlich trägt auch das Risiko derjenige, der liefern muss. Hier bei Geldschulden ist es so, 270 Absatz 1, derjenige, der zahlen muss, trägt das Risiko, dass das Geld auch ankommt. Sie müssen sicherstellen, dass das Geld beim Empfänger ankommt, 270 Absatz 1. Erinnern Sie sich, Düster, haben wir gemacht, gestern und letzte Woche. Das Zweite, was wir besprochen haben, wie kann man Geldschulden konkretisieren und wir haben gesehen, 243 Absatz 2 passt nicht, eben weil das Geld hier ankommen muss und wenn es ankommen muss, macht es keinen Sinn, dass Sie sagen, Schulden nur die bestimmten Scheine. Wir haben aber auch gesehen, letzte Woche, bei diesem Fall mit dem Geldkoffer, wenn Sie Geld in Bar dabei haben und der Gläubiger das ablehnt, dann gelangt er in Annahmeverzug und dann greift dieser 300 Absatz 2 und nach 300 Absatz 2 ist es so, dass nur noch die konkreten Geldscheine geschuldet sind. Erinnern Sie sich, letzte Woche Fälle, jemand kommt mit einem Geldkoffer und der andere sagt, nehme ich nicht an, dann wird das Geld auf dem Rückweg gestohlen, dann muss nicht nochmal neues Geld beschafft werden. Also merken Sie sich, bei Geldschulden 300 Absatz 2 Ja, 243 Absatz 2 Nein. Letzter Punkt, wir haben auch gesehen, letzte Woche, Geldschulden können nicht unmöglich werden. Selbst wenn Sie kein Geld mehr auf dem Konto haben, wenn Sie total arm sind, man erwartet von Ihnen, dass Sie arbeiten gehen, bis wieder Geld da ist. Und irgendwann kommt jeder zu Geld. Und wenn Sie ein ganz armer sind, dann können Sie raus aus den Schulden mit Peter Zwegert gucken oder Sie können ein Insolvenzverfahren beantragen. Ein Insolvenzverfahren funktioniert ganz einfach, es wird alles, was Sie haben, zusammengekratzt, alles, alles bis zur letzten Socke und dann wird dieses, was Sie haben, verteilt unter Ihre Gläubiger. Dann wird also geguckt, wenn Sie 100.000 haben, eine Million Schulden, dann können Sie ausrechnen, jeder kriegt 10% von dem, was er eigentlich kriegen müsste. Und dann können Sie eine Restschuldbefreiung beantragen, dazu müssen Sie ein paar Jahre gut verhalten, das heißt kein Geld verschwenden und brav arbeiten gehen und dann sind Sie aus den Schulden raus und total glücklich können wieder neue Schulden machen. Und dann kommen Sie wieder Insolvenz und wiederholen das Ganze. Das können Sie machen, also Geld wird nie unmöglich. Nur weil Ihr Konto leer ist, heißt es nicht, dass Sie nicht bezahlen können. Dann müssen Sie wieder arbeiten gehen und den Raten zahlen. Irgendwann ist das Geld da. Oder Insolvenzverfahren, dann haben Sie halt eine Wohlverhaltensphase und danach Ruhe. In vielen Büchern und auch im Skript zur Vorlesung finden Sie Erklärungen, dass es verschiedene Arten von Geldschulden gibt. Das macht man deshalb, weil die im BGB drinstehen. Wenn Sie mal ins BGB reingucken, dann sehen Sie, es gibt 244, 245, na gut, das reicht doch schon, 244, 245. Und wenn Sie die sich angucken, dann fragen Sie sich, worum geht es da? Und es geht um einfache Fälle. Fangen wir an mit dem 244. Sie können im Internet Sachen kaufen und dann kriegen Sie manchmal Preise in US-Dollar, wenn Sie irgendwelche Download-Produkte kaufen, wenn Sie Filme, Streaming-Filme oder Computerspiele kaufen, kann es dann als Preise in US-Dollar angegeben werden. Dann sagt 244, Sie können trotzdem in Euro bezahlen, Sie brauchen also nicht irgendwo US-Dollar aufzutreiben, sondern es wird einfach umgerechnet nach dem aktuellen Wechselkurs. Eine unheimlich spektakuläre Regelung, aber dafür gibt es einen Paragrafen BGB, den können Sie auch direkt wieder vergessen, der kam noch nie in irgendeiner Klausur beim ganzen Leben dran und der wird auch nie dran kommen. Spannender mag vielleicht noch sein 245, 245 sagt, Sie wollen eine Zahlung in bestimmten Münzen. zum Beispiel es gibt ja jetzt diese tolle 5-Euro Sammlermünze. Toll, wusste ja, die gibt mit so einem blauen Ring drin. Das offizielle amtliche Zahlungsmittel, die können Sie bezahlen. Und wenn Sie sagen, ich möchte keinen 5-Euro-Schein, sondern lieber diese coole 5-Euro-Münze mit dem blauen Ring drin, dann müssen Sie das vereinbaren und dann haben Sie zwei Varianten. Entweder Sie sagen, ich will genau diese Münze, dann ist eine Gattungsschuld. Beschaff mir diese Münze irgendwo her, so wie eine blaue Mauritius oder die Mona Lisa, das kann man vereinbaren. Es kann aber auch sein, dass Sie sagen, du schuldest mir 15 Euro, bitte zahlen mir die 15 Euro in Münzen, wenn du keine Münzen findest, nehme ich notfalls auch Scheine. Und 2,45 betrifft den Fall, dass Sie sagen, ich hätte am liebsten diese tolle Münze, notfalls nehme ich aber auch Scheine. So ein bisschen wie bei Bankräuberfällen, bitte in kleinen Scheinen, ich nehme aber notfalls auch große. Die praktische Bedeutung der Norm ist total niedrig. Die bekomme aus einer Zeit, da gab es Reichsmark. Und je nachdem, wann die geprägt worden sind, enthielten die unterschiedlichen Mengen an Kupfer. Also Sie können sich vorstellen, vor 120 Jahren war es so, es gab Pfennigmünzen, die waren komplett aus massivem Kupfer. Das hat einen richtig hohen Wert. Es gab auch Goldmark. Die Goldmark hieß deshalb Goldmark, weil sie aus massivem Gold war. Und nun ist es so, dass der Preis für Kupfer und Gold sich unabhängig davon bewegt, was auf dem Ding draufsteht. Es kann Sie also rechnen, dass Sie die Münze einfach nehmen, in den Ofen tun und einschmelzen. Und deshalb hat es Leute gesagt, du schuldest mir 100 Mark und deshalb gib mir bitte die 100 Mark in Goldmünzen. Weil ich davon ausgehe, diese ganzen Währungsschwankungen will ich nicht mitmachen, ich möchte gerne harte Währung und deshalb diese Münze. Heute sind alle Münzen gleich schlecht, also können die einschmelzen, bringt Ihnen nichts, kann ich Ihnen gleich sagen. Außer wir wie gesagt, der einzig denkbare Fall wären diese tollen Münzen mit dem blauen Streifen, damit könnten Sie sowas konstruieren. Was ich Ihnen damit sagen will ist, Geldschuld heißt für Sie ganz einfach, wenn da steht 100 Euro, müssen halt 100 Euro bezahlt werden irgendwie und dazu gibt es keine Regelungen. Um Sie noch mehr zu verwirren, haben wir neben dieser Fremdwährungsschuld, die erinnern sich, Zahlung in US-Dollar, und dieser Geldsortenschuld, Zahlung in 5 Euro Münzen mit blauem Strich, noch die schwierige Geldwertschuld. Auch dazu gibt es keine Regelungen im BGB, weil es keine Geldwertschuld gibt. Das ist einfach nur ein Ausdruck, die Professoren ausgedacht haben. Ich war es nicht. Worum geht es? Man sagt, normalerweise, wenn Sie 100 Euro schulden, schulden Sie 100 Euro. Und wenn die 100 Euro morgen nichts mehr wert sind, ist das Glück für Sie. Das nennt man Inflation. Hat es gegeben zum Beispiel vor einigen Jahren ganz schlimm in der Türkei und dann ist auf einmal der 1000 Euro Schein nichts mehr wert. Das Das passieren Aber das Risiko wenn man Kaufpreis vereinbart Bei einer Geldwert Schuld wird gesagt Sie schulden nicht einen festen Euro Betrag sondern Sie schulden den Wert einer Sache Zum Beispiel dieses Buch dann wird geguckt wie viel ist dieses Buch heute wert oder muss der Wert des Buches nach heutigem Euro Stand ersetzt werden Das haben wir immer dann wenn das BGB spricht von Wertersatz oder von Entschädigung immer dann geht es um den Wert der Sache wie viel hat das momentan an Wert können Sie wieder vergessen weil spielt überhaupt keine Rolle ist einfach nur ein Wort Was Sie wissen müssen ist wie man Geld Schulden begleicht und wenn nichts anderes vereinbart ist heißt das mit Geld Scheinen oder Geld Münzen Wir haben gestern gesehen bis zu 50 Münzen muss jeder annehmen das heißt 50 Münzen kann man die Leute zu zwingen die du musst annehmen keiner ist gezwungen mehr als 50 Münzen anzunehmen außer eine Bank bei der Bank können sie auch mehr als 50 Münzen abgeben diese Münzen werden ganz normal übergeben und übereignet das heißt dieser Euro soll deiner sein dieser Cent soll deiner sein dieser Schein soll deiner sein so geht das heute sind die Leute aber alle cooler und haben EC Karten Kreditkarten Online Banking PayPal Bitcoins und keine Ahnung was die sind bekanntlich keine Münzen und die absolut herrschende Meinung bis auf zwei drei Verrückte sagt sie müssen in bar bezahlen wenn nichts anderes vereinbart ist bar ist der Grundsatz was anderes ist dann vereinbart wenn man ausdrücklich sagt du darfst zahlen per PayPal dann darf er per PayPal zahlen oder per Bitcoins oder sonst was wenn man nicht sagt muss er bar bezahlen es kann aber auch konkludent mitgeteilt werden dass es andere Zahlungswege gibt zum Beispiel indem man einfach auf irgendwelche Briefen eine Kontonummer drauf schreibt also wenn sie drauf schreiben Kontonummer sowieso heißt das zahlt wird das heißt entweder ausdrücklich zahle auf mein Konto oder konkludent irgendwo in den Fußnoten steht die Kontonummer drin wie das Ganze funktioniert müssen wir uns noch näher angucken wenn wir uns mit Abtretungen und sowas beschäftigen merken sie sich nur bei Buchgeld haben sie am Ende einen Anspruch gegen die Bank der Anspruch die vielleicht umzusetzen sie gehen mit ihrer E-C-Karte zum Automaten schieben die da rein dann kommt da Bargeld raus die Bank gibt ihnen Bargeld und sie haben einen Anspruch gegen die Bank dass sie ihnen Bargeld gibt so einfach ist das bei Buchgeld werden also nur Ansprüche gegen Banken ausgetauscht mehr ist das nicht jetzt kommen wir zu was was sie alle interessiert hoffe ich Zinsen Zinsen kann man im Vertrag vereinbaren Sie können zum Beispiel sagen dieses Darlehen hat einen Zinssatz von einem Prozent zehn Prozent 100 Prozent das können sie reinschreiben ist eine schlichte Vereinbarung wenn sie nichts vereinbaren gilt das BGB und das BGB sagt in 246 wenn Zinsen vereinbart sind aber die Höhe nicht bestimmt ist beträgt der Zinssatz vier Prozent das immer dann wenn sie über Zinsen reden und nicht die Höhe festgelegt haben gilt vier Prozent jetzt sagen sie ja aber jetzt kommt ein Paragrafen weiter 3,62 Prozent und wenn sie da gucken haben sie da auch eine Fußnote haben und da kommt eine lange Liste die ihnen sagt wie viel Prozent das jeweils sind und sie sehen es geht schlecht in der EU wir haben mal angefangen mit 3,62 Prozent und wir sind geendet bei minus 0,83 bei mir wenn sie ein Neuersgesetz haben hier bei ihnen noch ein neuerer Wert und das ist der Basis Zinssatz die wissen auch man zahlt Strafzinsen momentan wenn man Geld bei der EZB hinterlegt alles sehr traurig dieser Basis Zinssatz der ist nie vereinbart der ist die Grundlage für die Berechnung bestimmter anderer Zinssätze nämlich für die Verzugszinsen Verzugszinsen gibt es erst dann wenn sie im Verzug sind das heißt wenn sie eigentlich hätten zahlen sollen aber zu spät zahlen und das ist in 288 BGB geregelt wenn wir da mal reingucken dann sagt der eine Geldschuld ist während des Verzuges zu verzinsen und jetzt kommt der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 5 Prozentpunkte über den Basis Zinssatz das bedeutet eine schwierige mathematische Aufgabe sie nehmen den Basis Zinssatz aus 247 der momentan weiß ich wie viel beträgt der momentan wer hat ein aktuelles Gesetz keiner es muss ja wohl neuer geben als bei mir also bei mir steht noch minus 0,83 aber ich glaube der hat sich geändert naja wer hat ein aktuelles Gesetz das ist schlimm hier ja seit wann ja das klingt gut okay minus 0,83 Prozent das heißt wir müssen die schwierige mathematische Aufgabe lösen 5 Prozent minus 0,83 Prozent und was kommt da raus oh ja 4 Komma ja 1 7 Prozent das Schöne an der Sache es gibt da sogar einen Meinungsstreit zu es gibt nämlich Leute die sagen so ist das Gesetz nicht gemeint zu diesen Leuten gehöre ich auch aber wie gesagt das ist nur eine Ansicht dazu die sagen der Gesetzgeber hat hier geschrieben über den Basiszinssatz und der meinte nicht dass es unter die 5 Prozent fallen könnte der hat eigentlich nie gedacht dass es etwas Negatives stehen könnte das hat man noch nie gehabt in der Geschichte außer in den letzten Jahren immer weil es der Wirtschaft so schlecht geht und deshalb wäre dann wenn da Minus irgendwas steht immer 0 anzusetzen das müssen sie aber nicht wissen weil Zinsen interessieren keinen Menschen in der Klausur sie müssen nur erkennen dass es 5 Prozent über dem Basiszinssatz sind und dann schreiben sie dahin 5 Prozent über dem Basiszinssatz die Norm ist aber noch schwieriger wir haben einen Absatz 2 und Absatz 2 sagt bei Rechtsgeschäften an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen 9 Prozentpunkte über den Basiszinssatz diese Norm ist schwierig zu verstehen weil die meisten Leute zwei Sachen übersehen das erste ist das Wort Entgeltforderung was stellen Sie sich unter einer Entgeltforderung vor wenn Sie gucken in Absatz 1 steht Geldschuld in Absatz 2 steht Entgeltforderung das kann ich dasselbe meinen weil es zwei verschiedene Worte sind das ist also eine Entgeltforderung Sie haben doch alle Deutsch gelernt in der Schule was ist ein Entgelt übrigens mit zwei T Sie sehen das ja Entgelt nicht Entgelt von Ende und auch nicht Geld von Geld sondern von Vergelten Vergeltung deshalb mit T ja ob Arbeitnehmer Verbraucher sind ist eine schwierige Frage das wird auch so oder so entschieden vom Arbeitsrecht lassen wir mal das Arbeitsrecht ganz außen vor was ist eine Entgeltforderung was stellen Sie sich darunter vor der Arbeitslohn der Arbeitslohn ist auf jeden Fall eine Entgeltforderung Kennt ihr noch eine andere Entgeltforderung was fällt Ihnen da noch so ein Entgelt ja meine Güte ja auch Lohn für den Dienst denken Sie doch nicht mal an Lohn wo gibt es denn noch Entgelt außerhalb von Dienstvertrag ja auch den Werklohn ja sagen wir genug Lohn ja der Kaufpreis ist ein Entgelt für die Kaufsache oder im Mietvertrag die Miete die Miete ist das Entgelt für die Gebrauchsüberlassung ja Entgelt bedeutet schlicht die Gegenleistung für eine andere Leistung die in Geld besteht eine in Geld bestehende Gegenleistung für die gilt dieser Absatz 2 dann ist die zweite Voraussetzung ein Verbraucher nicht beteiligt ist das bedeutet zunächst mal wenn ich nach Paragraf 13 jemanden habe der ausdrücklich nicht zu Zwecken handelt die überwiegend seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugehörig sind haben wir einen Verbraucher und die ganze Norm findet keine Anwendung es spielt keine Rolle ob der Verbraucher Gläubiger oder Schuldner ist ja sobald der Verbraucher da ist sind sie wieder bei 5% die Norm gilt also immer nur dann wenn ein Verbraucher nicht beteiligt ist jetzt die Frage was ist mit Arbeitnehmern was ist mit Mietern das ist umstritten da gibt es Leute die sagen der Arbeitnehmer kann wenn sein Chef ihm den Lohn nicht zahlt 9% über den Basissinssatz verlangen es gibt ja Leute die sagen kann nur 5% verlangen für den Arbeitnehmer ja günstig wenn er mehr Zinsen kriegen könnte wenn sein Chef ihm kein Geld zahlt genauso das Problem beim Mietrecht ist der Mieter einer Wohnung Verbraucher kommt davon an ob er in seiner Wohnung auch geschäftliche Tätigkeiten entfaltet wenn er das nicht tut ist er Verbraucher muss nur 5% zahlen sonst müsste er 9% zahlen wenn er auch ein Büro darin betreibt oder ähnliches nochmal Verzugszinsen sind normalerweise deutlich höher als der gesetzliche Zinssatz da wir momentan diese Negativzinsen haben kommen sie aber relativ nah da dran denn wenn sie das hier abziehen sind sie fast bei 4% 4,17% und 4% macht keinen großen Unterschied einverstanden wenn sie bei plus 3,6 sind haben sie hier 7% beim anderen 4% dann ist es schon deutlich mehr fast das Doppelte Verzugszinsen setzen voraus dass man in Verzug ist deshalb heißen sie so es gibt im BGB um sie zu verwirren auch Fälligkeitszinsen Fälligkeitszinsen weil man sagt der erste ist auch für längerfristige Sachen zum Beispiel für so Sachen wie Darlehensverträge wenn sich der Darlehenszinssatz jede Woche ändern würde mag die Berechnung sozusagen für Privatleute schwierig werden oder ähnliches deshalb hat man den Festgesetzten gesagt da soll kein Streit drüber herrschen wenn wir den Verzugszinsen die ja nur überbruchungsweise immer geschuldet sind weil man sagt bis zu geschuldeten Zahlungen hat man normalerweise nicht die Veränderung dass die in den Zeitraum auftritt in der Praxis passiert es natürlich trotzdem was sie sagen der sollte eigentlich 2008 zahlen und seit 2008 streiten sie sich vor Gericht darüber dann haben sie sieben Jahre und in den sieben Jahren hat der Zinsen sich siebenmal verändert wenn nicht sogar 14 mal das heißt da müsste man in der Tat eine Berechnung aufstellen für den Zeitraum von bis so und so viel Prozent für den Zeitraum von bis so und so viel Prozent und das ist natürlich sehr schwierig stellen Sie sich vor jemand schuldet Ihnen 100 Euro und Sie müssen eine Tabelle machen wie viel Zins für welchen Monat das macht irgendwie keinen Spaß deshalb der gesetzliche Zinsatz 4% fix spart Ihnen Arbeit und ist damit für den Privatmann auch handelbar Sie müssen viel zu häufig ändern aber ich meine im Moment sind für dich 4% ziemlich ordentlich vielleicht vorher zu viel Ja deshalb haben wir ja 4% gesagt 4% ist so ein Mittelmaß also es gab Zeit da war 4% nichts also wenn Sie überlegen man hat halt diesen Bahnzinsatz der war ja selber schon mal fast 4% und auf die 4% kamen nochmal 4 drauf also 3,63 plus 5 ist man bei 9% das ist ja deutlich mehr also haben wir gesagt 4% ist so ein Mittelmaß da kann man gut mit zurechtkommen ich kann Ihnen auch sagen vor 15 Jahren war es noch so was für alle 4% war also auch für die Verzugszinsen diese Regelung ist neu dass man da einen dynamischen Zinsatz hat aber ich kann Sie beruhigen die 4% spielen praktisch so gut wie keine Rolle denn wenn Sie ein Darlehen abschließen werden Sie auch einen Zinsatzverein waren Sie werden ja stroblöd wenn Sie sagen ach wir machen Zinsen aber wie hoch die sind sage ich nicht ich hoffe mal das Gesetz sagt Ihnen das dazu das heißt die Fälle treten sehr selten auf eine praktische Rolle spielt es wie gesagt im Werkvertragsrecht im Werkvertragsrecht wird der Werklohn verzinst ab dem Moment wo abgenommen worden ist das heißt unabhängig von Mahnung und Fristsetzung und Verzug und irgendwas ab dem Tag kriegen Sie 4% wenn Sie dann noch mahnen kriegen Sie 4% plus Basishinsatz das heißt 0,17% mehr zur Zeit ja ganz kurz möchte ich noch hinweisen auf die unheimlich spannende Regelung des 248 248 ist eine Regelung die soll den Schuldner schützen indem sie nämlich sagt dass sie grundsätzlich keine Zinseszinsen zahlen müssen Zinsen werden nicht weiter verzinst denn sonst würde man ja immer mehr und immer mehr und immer mehr und würde nie aus den Schulden wieder rauskommen deshalb wird nur die Grundforderung verzinst allerdings wenn Sie gucken gibt es einen Absatz 2 248 er sagt was anderes gilt für Banken Banken können Zinseszinsen gewähren insbesondere bei Festgeldkonten und ähnliches ist das durchaus üblich für die Banker unter Ihnen ansonsten können Sie sobald die Zinsen angefallen sind vereinbaren dass die Zinsen auch wieder verzinst werden können aber immer nur für die Zinsen die schon aufgelaufen sind warum Sie das machen sollten kann ich Ihnen sagen wenn Sie einen Vergleich schließen möchte man vielleicht auch aus der andere irgendwie sich zufrieden geben mit einer Ratenzahlung und dann kann man sagen als Deal verzinst ich dir auch die Zinsen so so viel zum Thema Geld und Zinsen wenn Sie jetzt sagen das war aber furchtbar langweilig muss ich Ihnen sagen ja das ist so und wenn Sie eines Tages mal in der Bank arbeiten wollen müssen Sie das alles im Detail wissen ansonsten reicht es dass Sie ungefähr wissen es gibt den gesetzlichen Zinssatz und es gibt den Basiszinssatz und auf Grundlage des Basiszinssatzes kann man nach 288 den Verzugsinssatz berechnen wenn Sie das schon mal wissen haben Sie schon mal 95% von dem was man jemals im Leben wissen muss jetzt kommen wir zu 249 sehen das hat ein System das Ganze wir haben eben gemacht 244 bis 248 jetzt machen wir 249 249 bis 255 regeln Schadensersatz die Leistungspflicht kann im Schadensersatz bestehen und 249 sagt grundsätzlich Herstellung in Natur Sie können aber auch die Kosten der Herstellung verlangen und zwar entweder nach 249 Absatz 2 oder nach 250 alternativ zu den Herstellungskosten können Sie auch Wertersatz das heißt den Wert der beschädigten Sache den Wert ihres Körpers ersetzt verlangen mit der Einschränkung des 253 alles was nicht in Geld messbar ist kriegen Sie nicht ersetzt und mit der Erweiterung des 252 Sie kriegen auch Gewinne die noch nicht eingetreten sind wo Sie aber sicher sind dass die eintreten werden ersetzt so einfach ist das BGB 249 1 haben wir uns eben schon angesehen da steht drin der Schadiger muss den Zustand herstellen der ohne das Schädigen der eigentlich bestanden hätte das ist einfach wenn der ihnen 100 Euro geklaut hat muss er ihnen 100 Euro zurückgeben er muss einfach das wieder rückgängig machen wenn er ihr Auto was weiß ich zerkratzt hat dann muss er den Kratzer wieder weg machen indem er es neu lackiert zum Beispiel wenn er sie verprügelt hat dann muss er die Schäden der Prügel wieder gut machen indem er sie wieder zusammen pflegt er muss einfach in Natur den Zustand herstellen Absatz 2 sagt und das ist jetzt wichtig Verletzung einer Person oder Beschädigung einer Sache bedeutet sie können statt der Hirsch und Natur einfach Geld verlangen sie sagen die Reparatur würde so und so viel kosten und dieses Geld möchte ich von dir haben und das Bemerkenswerte ist diese Norm setzt nicht voraus dass sie das Geld auch ausgeben wenn sie also ein Schrottauto haben jemand verkratzt das dann holen sie einen Kostenvoranschlag der sagt das Entfernen Neulackieren würde so und so viel Euro kosten dann gehen sie mit der Rechnung hin und sagen hier das kostet so und so viel nehmen das Geld und behalten das Geld und fahren damit in Urlaub sie müssen das Geld was sie hier bekommen nicht für die Herstellung ausgeben die Herstellung ist nur der Maßstab wonach sie Höhe bestimmt was viele Studenten übersehen ist dass dieser Satz anfängt mit wegen Verletzung einer Person oder wegen Beschädigung einer Sache das müssen sie im Auge behalten weil für alle anderen Fälle gilt das nicht zum Beispiel für Diebstahl wenn ihnen jemand ihr Auto stiehlt können sie nicht den Ersatz der Herstellung für ein Ersatz Auto verlangen weil Wegnahme ist keine Beschädigung und Wegnahme ist keine Körperverletzung das heißt sie müssen das Gesetz auch lesen und ich rate ihnen der Klausur auch das Gesetz zu lesen und nicht zu hoffen dass sie es auswendig können niemand kann das BGB auswenden niemand kein Mensch 250 BGB betrifft alle anderen Fälle wenn es nicht um Sachbeschädigung oder Körperverletzung geht zum Beispiel Tötung man kann Menschen auch töten zum Beispiel Wegnahmen man kann Sachen stehlen zum Beispiel Beleidigung man kann böse Sachen sagen über Staatsoberhäupter zum Beispiel und man kann vieles böse machen und für all diese Fälle gilt 249 Absatz 2 nicht Absatz 1 schon das heißt grundsätzlich Herstellung Natur aber wenn sie Herstellungskosten haben wollen müssen sie eine Frist setzen steht da und erst wenn die Frist zu Ende ist kriegen sie dann Geld macht wieder gut sonst gibt es Geld einverstanden das 250 um sie ganz zu verwirren gibt 251 251 sagt es kann Fälle geben wo die Herstellung Natur nicht möglich ist der einfachste Fall ist jemand ist getötet worden wenn jemand tot ist kann ich noch so viel Geld investieren der wird nicht wieder lebendig das heißt die Herstellung in Natur ist unmöglich oder das Auto ist explodiert und man hat nur noch Metallreste da kann man noch so viel Geld investieren aus Metallresten kann ich kein Auto mehr wieder aufbauen dann sagt 251 Absatz 1 wenn die Herstellung nicht möglich ist kriegen sie Wertersatz in Geld Wertersatz sind nicht die Herstellungskosten wie viel war der Gegenstand vorher wert das heißt wie viel fehlt ihm jetzt und danach bemitzt sich der Ersatz und die zweite Variante da steht zur Entschädigung des Gläubigers nicht genügend ist das bezieht sich an unsere Autofälle sie haben einen tollen neuen Porsche Neuwagen und jetzt kommt einer und zerkratzt den natürlich kann man den neu lackieren aber das Problem ist selbst der neu lackierte Porsche ist deutlich weniger wert als der unzerkratzte Porsche weil jede Neulackierung mindert den Wert noch schlimmer ist wenn einer ein Unfall baut da fällt einer hinten rein das kann man alles wieder herrichten aber danach haben sie einen Unfall Wagen und ein Unfall Wagen ist weniger wert selbst wenn er komplett neu repariert und toll aussieht als ein Nicht Unfall Wagen und deshalb kriegen sie hier zusätzlich zu der Reparatur auch noch einen Geldersatz das ist der sogenannte merkantile Minderwert die Idee dahinter ist die kriegen das BGB ist auch nett zum Schädiger nämlich in Absatz 2 und da steht drin wenn die Reparatur total aufwendig wäre und viel aufwendiger als die Sache wert ist dann kann man sagen komm kauf dir einfach eine neue ich habe die Nase voll und Satz 2 sagt und die Tiere wenn ein Tier verletzt ist und die Reparatur kostet 100.000 dann muss das auch investiert werden man muss Mautzi oder Wautzi retten kostet was ich das wolle Mautzi wird angefahren dann muss eine Not-OP durchgeführt werden mit einem Spezialisten auch wenn das viel mehr wird als eine neue Katze Da wir hier bei Beschädigung einer Sache sind sehen Sie steht hier drin habe ich das Wahlrecht das heißt wenn der will dass ich einen neuen Mercedes kriege sage ich will ich nicht ich will lieber Geld sehen wenn der tausende von Mercedes da stehen hat nützt ihm nichts ich habe das recht warum weil er schuld ist ich kann nichts dafür also Mautzi oder Wautzi Sie erinnern sich fahren Sie keine Hunde an das ist die Zusammenfassung wenn Sie tot fahren kann man eh nichts mehr machen es heißt wieder macht tierfeindliche Sprüche 252 der entgangene Gewinn das ist relativ unspektakulär grundsätzlich haben wir bisher gesehen Sie kriegen entweder die Reparatur oder Sie kriegen den Wert und 252 stellt nur klar Sie kriegen nicht nur den Wert sondern Sie kriegen auch einen entgangenen Gewinn das heißt wenn Sie beweisen können dass Sie die Sache für mehr Hecken verkaufen können als sie wert ist kriegen Sie auch das ersetzt ja also wenn Sie ein besseres Geschäft machen können als alle anderen kriegen Sie das ersetzt und Satz 2 sagt es kommt nur darauf an dass es wahrscheinlich war toll 253 253 ist eine Norm die ein Skandal ist für die Welt die sagt nämlich Wertersatz für Schäden die nicht ihr Vermögen betreffen wo es nicht um Geld geht kriegen Sie nicht ja also die Norm sagt im Grundsatz Sie kriegen nur dann Wertersatz für verlorene Liebe Freude und ähnliches wenn das im Gesetz drin steht wenn also jemand ihr Glücksflüchtier zerrupft und zerstört sagt das kriegen Sie den Wert den das Flüchtier gehabt hat der gegen Null läuft erfahrungsgemäß weil Flüchtiere keinen großen Wert haben und der Liebeswert der emotionale Verlust der wird nicht kompensiert so brutal ist das BGB das ist in anderen Ländern anders Sie wissen in Amerika würde man sagen was die Existenz ist zerstört 100 Millionen hier in Deutschland nichts die Ausnahme findet sich in Absatz 2 und da steht drin bei Körperverletzung Gesundheitsschädigung Freiheitsentziehung oder eigentlich sexuelle Selbstbestimmung kriegen Sie Schadensersatz in Form einer billigen Entschädigung in Geld und billig ist hier wieder eher billig in dem Fall das heißt viel kriegen Sie ja nicht raus Sie werden enttäuscht sein an die Millionen werden Sie nie kriegen Der andere wichtige Fall wo Sie vielleicht mehr mit zu tun haben in Ihrem Leben finden Sie in 651 F Absatz 2 BGB Da steht drin wenn Ihr Urlaub versaut ist dann kriegen Sie eine billige Entschädigung Entschädigung in Geld eine angemessene Entschädigung in Geld für die nutzlos vertane oder nutzlos aufgewendete Urlaubszeit ja also Sie sagen ich konnte mich gar nicht erholen weil das Essen war eklig oder ich konnte mich gar nicht erholen weil nebenan eine Baustelle war dann kriegen Sie für die entgangene Erholung Geld so tolle Regelungen gibt es wir sind ganz begeistert was es gibt und das machen wir aber nochmal im Detail in ein paar Wochen 254 habe ich schon mal erwähnt 254 sagt hat bei der Entstehung des Schadens ein Mitverschulden mitgewirkt dann wird das Ganze Quotal herabgesetzt das heißt wenn man sagt Sie sind zu 30% schuld der andere zu 70 kriegen Sie halt auch nur Schaden in Höhe von 70 Absatz 2 und das ist eine Sache die verstehen die meisten Leute auf der Welt nicht ganz schwierig der sagt erstens wenn Ihnen ein höherer Schaden droht als im normalen Menschen müssen Sie die anderen darüber informieren wenn Sie also zum Beispiel sagen wenn ich jetzt nicht mein Mehl kriege als Bäcker dann geht mein Aufgang über 100 Millionen dann müssen Sie das vorher sagen sonst kriegen Sie keine 100 Millionen Schadensersatz sonst werden Sie so behandelt wie jeder andere auch Sie müssen also den Schädiger warnen dass bei Ihnen besondere Risiken drohen Sie müssen über Risiken aufklären und das zweite das ist die Sache die Leute immer überrascht da steht drin Sie müssen alles tun um den Schaden von sich abzuwenden oder den Schaden für sich so gering wie möglich zu halten der typische Fall habe ich Ihnen schon gesagt ist einen unschicken Fahrradhelm zu tragen Sie fahren mit Ihrem Rennrad mit Tempo 82 durch die Stadt und es kommt das Auto und es macht Klirr und Sie fallen auf den Kopf und danach sind Sie lebenslang bewegungsunfähig oder was Schlimmes und dann sagt man naja mit Fahrradhelm wäre das nicht passiert Frage müssen Sie einen Fahrradhelm tragen um den Schaden von sich abzuwenden und dann muss man überlegen erste Frage würde ein vernünftiger Mensch einen Fahrradhelm tragen um sich selber zu schützen und dann kann man sagen ja weiß man nicht und dann kommt die zweite Frage ist es einem Fahrradfahrer zuzumuten dass er einen Fahrradhelm trägt und dann sagt man nein denn so Fahrradhelme da wird man nur angeguckt von allen anderen das ist sozial überhaupt nicht akzeptiert dann drängt man Menschen in eine Außenseiterstellung und die fühlen sich dann von allen anderen missachtet außerdem so Fahrradhelme sind ja sperrig und unhandlich das geht ja nicht und deshalb erwartet niemand von Ihnen dass Sie einen Fahrradhelm tragen umgekehrt wenn Sie einfach mal weiß ich nicht was kann man mal machen Skifahren in Ihren Straßenschuhen geht das überhaupt wenn Sie irgendwelche Billigskier haben wo man das reingeschraubt kriegt vielleicht irgendwie dann sind Sie selber schuld wenn man sagt jeder vernünftige Skifahrer trägt Skischuhe also diese Skistiefel die so Panzerstiefel aussehen und wenn Sie nicht tragen und sich halt die Haxen brechen ist ja Ihr Problem ja da ist der Test es ist nicht uncool Skistiefel zu tragen aber es ist uncool einen Fahrradhelm zu tragen also zwei Schritte erstens würde ein vernünftiger Mensch das tun um sich selber zu schützen und zweitens ist ihm das zumutbar und zumutbar ist das nicht was sozial nicht akzeptiert ist weil man muss sich nicht in eine Außenseiterstellung drängen lassen ja Sie müssen jetzt nicht im Panzer rumlaufen letzte Regelung und die ist jetzt wirklich verwirrend und die müssen Sie auch auswählen nicht wissen 255 sagt wenn Sie haften für den Verlust einer Sache dann können Sie verlangen dass Ansprüche gegen Dritte an Sie abgetreten werden diese Norm werden wir in ungefähr drei Wochen uns ganz genau angucken wenn wir uns beschäftigen mit einem Dombrandfall ja es geht um einen Dom der hat gebrannt toll ja das war schon eine Ankündigung sehen Sie das ist toll was sind Aufwendungen Aufwendungen steht hier im Gesetz ist das was Sie ausgeben um jemand anderen was Gutes zu tun zum Beispiel wenn Sie Vorstand eines Vereins sind und Sie kaufen für den Verein Trikots oder Sie kaufen für den Verein Cola damit alle Cola trinken können dann sagt ihm 670 kriegen Sie das Geld wieder im allgemeinen Sprachgebrauch nennt man das auch Spesen Sie kennen das außer Spesen nichts gewesen wenn Sie zum Beispiel Reisekosten haben Sie haben Ihr Auto verwendet um irgendwo hinzufahren dann kriegen Sie dafür das Geld was Sie verbraucht haben zurück das gibt zum Beispiel für den Vorstand eines Vereins das gibt zum Beispiel für Anwälte und Steuerberater die kriegen zum Beispiel Kopierkurschale die kriegen dann alles was sie in Zeit investiert haben und das gibt in der GUA die Sie nächstes Semester machen werden merken Sie sich also Aufwendungen sind freiwillige Vermögensopfer Sie geben freiwillig etwas aus Ihrem Vermögen ab um jemand anderem was Gutes zu tun das BGB enthält dazu zwei allgemeine Regelungen nämlich 256 und 256 und die sind relativ unspektakulär die erste Regelung sagt wenn Sie Aufwendungen tätigen das heißt wenn Sie Geld ausgeben für jemand anderen dann kriegen Sie Zinsen ab dem Moment wo Sie die Aufwendung getätigt haben jetzt die Testfrage wie viel Prozent Zinsen sind das denn die Sie da kriegen so lange ist es noch nicht hier mit den Zinsen deshalb kommt das jetzt da steht nicht drin wie viel es sind wie viel Prozent gibt es dann wenn da nichts steht ja vier Prozent 246 BGB der gesetzliche Zinssatz das heißt Sie kriegen vier Prozent sobald Sie Geld ausgeben wenn Sie also Vereinsvorstand sind oder jemand Sie losschicken Cola zu kaufen kriegen Sie für diese Cola die Sie holen vier Prozent Zinsen auf diesen Euro den Sie ausgegeben haben pro Jahr ab dem Moment wo Sie es ausgegeben haben vier Prozent steht da unheimlich tolle Regelung zweite Regelung die Sie kennen müssen oder schon mal gesehen haben können 257 wenn Sie Schulden gemacht haben für jemand anderen dann muss der ihre Schulden bezahlen er muss sie von 257 der geht also hin und zahlt das für Sie der muss nicht warten bis Sie bezahlt haben und dann an Sie zahlen sondern er kann direkt an den zahlen wo Sie Schulden gemacht haben ist das schwierig nein schwierig und auch völlig uninteressant ist das was wir jetzt angucken nämlich 258 258 regelt das Wegnahme Recht damit Sie das verstehen eine ganz kurze Erklärung wenn Sie eine Wohnung mieten und Sie fangen an die Wohnung zu renovieren in dem Sinne dass Sie Sachen einbauen die vorher nicht drin waren zum Beispiel bauen Sie da ein was kann man in der Wohnung einbauen eine neue Tür oder ein neues Fenster dann sagt Ihnen 946 BGB ist alles was Sie da einbauen gehört dem Vermieter Sie verlieren das Eigentum sobald die Sachen fest mit dem Gebäude verbinden wenn die Sachen fest verbunden sind gehören sie nicht mehr Ihnen die gehören dem Vermieter einverstanden und dann sagt Ihnen aber 539 Absatz 2 BGB wenn Sie ausziehen haben Sie ein Wegnahmerecht Sie dürfen also die Sachen die Sie eingebaut haben wieder raus nehmen das heißt Sie dürfen Ihnen das Eigentum wieder weg nehmen und dafür gibt es wieder tolle Regelung in 258 und 258 sagt Sie müssen dann den Zustand herstellen der vor ihrer Veränderung bestand das heißt Sie müssen die alte Tür wieder einbauen und Satz 2 sagt der andere muss Ihnen das erlauben selbst dann wenn er die Wohnung schon weiter vermietet hat oder sie ausgezogen sind er muss Ihnen also ermöglichen dass Sie reingehen um die Tür wieder auszutauschen eine unheimlich wichtige Regelung deshalb steht da auch völlig irrelevant für unsere Klausur genauso irrelevant sind jetzt die letzten Beiträgen die wir uns angucken werden nämlich 259 und 260 da geht es um Auskunft und Rechenschaft jetzt denken Sie was soll das bedeuten auch da wieder die Erklärung es ist im BGB grundsätzlich so wenn Sie beauftragt sind was zu machen dann müssen Sie auch sagen wie Sie es gemacht haben wo Sie gemacht haben was Sie gemacht haben wenn Sie Vereinsvorstand sind müssen Sie sagen wo haben Sie Nikola gekauft wo haben Sie Trikots herstellen lassen wie teuer war das und dann sagt das BGB in 666 Zahl des Teufels Sie kennen das Böse 666 steht drin Sie müssen Auskunft erteilen und dann sagt 259 müssen Sie grundsätzlich die Unterlagen vorlegen und wenn die ihnen nicht glauben müssen sie ein Eides Stadt versichern dass das alles richtig ist warum weil man sagt niemand schwört einen Eid der lügt denn dann trifft ihn der Blitz außerdem ist eine falsche eine staf strafbar ist und deshalb hat man einen Anspruch darauf dass die Leute sagen das stimmt alles so und 260 betrifft die tollen Fälle wenn wenn sie mal heiraten wollen dann können sie bevor sie heiraten eine Liste von allem machen was ihnen gehört und dann wenn die Ehe mal geschieden wird können sie hinterher sagen so als ich in die Ehe gegangen bin gehörte mir das alles und jetzt gehört mir das alles dann ist das die Differenz und dann muss der andere das genauso machen dann wird geguckt wer hat mehr in der Ehe an Gewinn gemacht und dann wird dieser Differenz betraglich zweigeteilt sie verdienen in der Ehe 1000 ihr Mann verdient in der Ehe 5000 dann sagt man ist die Differenz 4000 und 4000 werden durch 2 geteilt das heißt sie kriegen von den 4000 die ihr Mann in der Ehe verdient hat selber 2000 so funktioniert Ehescheidung und dafür kann man ein Verzeichnis machen und auch hier sagt das BGB können sie eine eidescheidliche Versicherung verlangen dass es richtig ist dasselbe haben wir auch beim Erbrecht aber das interessiert sie nicht weil sie noch nicht gestorben sind so dann sehen wir uns am Donnerstag wieder und dann werden wir hoffentlich dieses schwierige Kapitel abschließen